Hallo und herzlich willkommen! Also, die letzte Abnahme war... ...der Urwen... ...gell, natürlich wenn der Laura kommt... ...hat schon fast nicht ganz drauf gekämpft, wie ich es kann mit tun... ...die letzte Abnahme oft ging das... ...was auch nicht schlimm, die Gisware passet, wenn Sie immer gestorben sind... ...hat ja schon schon mal ein Gespräch, sind wir weggepfirchen. Ja, und dann gehen wir gleich mal hier rein. Und da geh ich schon mal so und kann auch sicher ein Gespräch sein Und dann Red Tataki gehen so aus Ach ne, what the fuck Okay, geht, geht Jetzt ist die Vitae, ich schalte, muss er dann mal rein Jo Gebt auf, bitte, bitte, bitte Ich sage das nur einmal, er gibt euch Nur die Schwachen bitten um Frieden, ich töte die Schwachen Eure Leiche wird mit dem naimoidianischen Dreck verscharrt Euren Kopf behalte ich Und die Echsen werden heute festlich speisen Ja Und die Echsen Und die Echsen Und die Echsen Das spüßt mich raus, ich seh'n What the hell Huhu Huhu Das war zwar low What the fuck Huhu Das war die Echsen Und die Echsen Den Kompf da dort dann Lösche das Schreier Ja, what the fuck aber auch nicht die stürme verspult ihr hofft also drüber hat ihn als sohn wird und man doch gleich mal gucken für kompletten zu zu reparieren, das wäre schon mal ein total cool zu sagen, das wäre schon ein kleines projekt hat das ganze gefängnis gefährdet und unzählige ethische gesetze verletzt, man sollte euch einsparren was soll ich erst sagen immerhin muss ich den ganzen dreck aufräumen tut mir leid dass ihr da reingezogen wurdet es hätte nie so weit kommen dürfen erspart mir das theater die republik hat unmengen an ressourcen darauf verwendet diese degenerierten einzusperren es ist höchste zeit dass wir etwas dafür zurück bekommen und das haben wir das projekt nobler fokus hat uns einen einblick in die welt der stärken und grenzen verschiedener spezies gegeben stellt euch nur vor ganze feldzüge die die stärken der verschiedenen spezies berücksichtigen unsere effektivität im krieg wird ins unermessliche steigen ja falsch das könnte sogar stimmen wie immer ihr es auch seht dieses projekt und unsere beteiligung daran müssen geheim bleiben denkt nur an die konsequenzen wenn die sache herauskommt jeder planete republik wird dagegen sturm laufen ganze systeme könnten deswegen zusammenbrechen ein paar tote gefangene sind das sicher nicht wert das stimmt benutzt nicht die republik um euren anteil an der sache zu verschleiern ihr habt das gesetz gebrochen das stimmt es könnte hässlich werden aber die republik muss davon erfahren ich erwarte dass wir uns wieder hier treffen wir werden sehen wir werden sehen was wärs dann jetzt zu den wichtigen dingen es gibt Ärger im Maximalsicherheitsflügel General Skylast sagt dass eine unbekannte spezies seine Männer niedermeld im Tiefgefängnis liegen die wahren Schrecken von Belsavis wenn Skylast sie nicht aufhalten kann dann war alles umsonst helft ihm kein Problem das war gut gemacht oh 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 Well okay Forget oh 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 ja noch mal du hinder okay das fliege noch mal du hinder das fliege wahrscheinlich so richtig interessant das interessiert er ist wahrscheinlich gestorben hobbit gucken gute film gut gemacht kannst du sohn der peter jackson ich weiß nicht ich weiß nicht den schnitt will spoilern los und bis nun den film noch nicht gesehen wird bis nun noch nicht gesehen wird die kann dann ausschalten du wenigstens dann stehen auch schluss noch bis nach bis dahin nach wo man hin muss oder wahrscheinlich wird auch noch aufhalten wie so die kanalow ausschalten weil schon mal zwei lachen aufhängt also beim film selber wirklich mega genial gemacht ist das einst ist das maug da das johon hat nach wo ich gewiss da das blöde noch kein spoiler du wundern zum fluss ein animatio die können sie auch so gesehen ohne dass der film gucken wird geht einfach gucken in der ww kataklysm dann wird da den trailer direkt gesehen ganz einfach und sagt er könnte eben an der laster 10 gal an der scheiß ich bin der tod und nicht mehr persönlich geguckt deathwing komisch das ist einfach so sind schon wirklich den deathwing kommol gesehen ich weiß nicht ob das gut oder schlecht soll es sind oder ich weiß nicht ob das gut oder schlecht soll es sind oder ich weiß nicht ich weiß nicht mehr der von ihm lässt grüßen das ist doch noch eine andere gegen gegen die kinder von hat und sie verschiedene szenen wo wirklich nur schwer und das zu machen und joh dass das cool gemacht hat schon zu gucken das ist mir aber zum schluss die spielte bei der darwinke kommen du wirst ja das heißt das ist eine gewisse eine wunderscheid gelern ich bin der tod das war mit der schwarze schwarze schweizte bei den anderen waren sie doch nicht schwarzen in der geschütter sobald aber halt so und habe ich so eine warte die republikan Ich fühle mich nicht mehr an, dass ich nichts verstehe. Das war doch nicht schlimm, ich wahrscheinlich will es nicht so lange sein. Jo, da war der dafür das Jahr gewischt. Und dann von mir ein Have a nice day.